und da sind wir wieder so nächste fraktal wartet auf uns ich muss den erfolg haben weil erfolgen die ich nicht habe ich bin nicht dabei sehr gut startest du schon als nächstes du hast schon eingestellt könnt ihr könnt also loslegen ja es zu ende ich freue mich müsste noch zum kaufmann hat jemand hier dings offen wir hatten kaufmann den kann man jetzt so alleine besuchen weil man nur rückwärts gehen so das ging doch schnell nicht mit vor korek verbeugen und so was ja salut genau bei wm macht wo bei wem ja das haben wir in der instanz gemacht das war logan ja das musste man in der instanz machen hier bei horek vor horek hin drehen jetzt bevor wo noch nichts ist vor ihn hinstellen slash salut enter das hat jetzt nichts gemacht das hatten wir ja beim letzten mal schon ja außerdem soll das eigentlich nur in der instanz funktionieren ja keine ahnung doch wenn es alle noch nicht hatten so schön zusammen stehen ja eigentlich sollte nicht passieren jetzt kommt der schluss aus dem schlusshaus hier an nächster schluss bis erwarten bis erwarten nicht getroffen oder ja einfach ein bisschen heilung legen wer das kann hier kommt ja nicht viel von der so jetzt ohne da bleiben jetzt wird sie wieder blitzt oder gegen wen kämpfen wir eigentlich gegen die alte oder gegen die alte schluss aus den feldern dafür gibt es auch einen punkt wenn man von keinem feldern getroffen wird ja aber vielleicht auch nur in der story keine ahnung jetzt ist er wieder immun ja jetzt machen wir die grenadiere und den ganzen spotter hier rumlaust so schlussraum perfekt perfekt das ist schon schaden das ist schon das ist schon das muss man einen kleinen fielen legen jetzt werden wir dran bleiben jetzt ja 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 dann ganz ganz flieg ich hung ... ... ... Ich weiß, dass er das anreißt war. Kapitän Keine Reise auf der anderen Seite! Alle Männer sind! Oh! Oh! Kapitän! Kapitän! Ha! Ah, jetzt geht er einfach. Da ist er. Einmal kleinen Schiss hier. So. Nächstes Mal. Nögen Gagelschen. Nehmt unseren vollflosen Luftschiff Kapitän fest. Nicht auf die Luft. Nicht auf die Luft. Keine Kanone. Nö. Diesmal nicht. Okay. Keine Drohnen, aber sonst. Sehr schön. So, dann können wir auch weg. So, das waren die beiden Fotoalchen. Bei dem anderen gibt's keins, ne? Bei der neuen Geschichte, ne? Äh, wie war's keins? Nein, da muss man nicht auch irgendeinen Fraktal machen. Doch, bei allen drei Storyteilen jeweils zwei Fraktale. Ja, und welche sind das bei der dritten? Also, mal gucken. Welche waren das denn doch dabei? Da müsste ich nachgucken. Welche Erfolge das sind. Jetzt mache ich euch fertig. Was? Ähm. Das war... Das steht da unten. Feieriger Hof und Feieriger Boss. Bei Himmelspiraten war es... Ähm. Warte mal. Äh. 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 Da drin. Ein mechanisches Chaos. Ach ne, da ist es der Edapfad. Stimmt. Ach so. Ein mechanisches Chaos. Ja, ja. Hm. 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 So, aber was wir uns sonst noch brauchen... Das sind dann die normalen Erfolge. Muss man dann schon gucken. Welche das sind. Hm. Ähm. Uhrwerk, Apparat, Zerstöße, Skullet, äh. Sanfte Landung, haben wir schon alles. Hm. Ja, irgendwo war noch auch... Äh. ...Gut Peace. Und zwar... Es sind mehrere. Na dann. Hm. Da freut sich ja, Sascha. Hm. Hm. Frage ist, ob das jetzt bei Story drin ist oder bei etwas anderem. Hm. 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 Ah ja. Die Himmelspiraten ausrauben. Das ist, äh, Himmelspiraten. Das ist, äh, Himmelspiraten. Das heißt, Jumping Cuzzle. Ja. Himmelspiraten heißt das? Ja, das kennst du. Das ist das Luftwürf in den Gendaranfeldern. Ja. Ja. Das ist das häusliche. Ja, der Hauptschluss ist sowieso der Himmelspiraten. Das ist ein Schatz-Tuo. Da kann man sich immer nur freuen, wenn da Messmasch liegt. Na cool. Dann können wir mal gucken. Oh, ein weiteres ist das Wexas Labor. Das ist sehr einfach. Irritierendes Lager heißt das. Ja. Ähm. Okay, okay. Und dann im Obsidian-Refugium. Ähm. Das ist, äh, das Ätherkling-Versteck. Das ist fast direkt oben am Ende des ZZP's. Also da muss man einmal hochlaufen. Ich glaube ein, ein Rätsel machen wir noch. Aber das ist etwas schwierig, wenn man... Ja, lass uns, lass uns, das ist einfach. Ja. Das ist einfach. Euer Herr Zügel. Habt ihr eine Wegmarke? Genau. Äh, muss erst mal raus. Ach so, muss erst mal raus, genau. Ein Sektor-Zuhl. Das ist ja auch dann recht einfach. Das kann man auch schwer machen. Äh. Geh ums Labor. Haha. Okay. Erst mal raus. Okay, irgendwer isst Chips. Ja, ich. Hahaha. So, Wegmarke. Ist, ähm. Das ist... Oh, Schatz. Geh mal einfach mal raus. Wechsels Labor. Ich hab keinen gesehen. Ja, ähm. Im Main-Chat. Hä? Roheisen? Was? Haupts? Nee. Wo habt ihr denn das geschrieben? Moment. Gib ihm nur mal einen Chat. Ja, ich hab's noch selbst. Ich bin Sagen-Chat. Hast du, da hab ich nichts an euch mal. Ich? Roheisen? Na ja, wenn ihr das sagt. Ja, würde ich sagen. Roheisen? Nicht am besten. Na, was denn nu? Also jetzt bin ich vorher Herzhügel und Bruchzahn. Ja, Bruchzahn. 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 Wir werden... Wir werden... ...hineinander geht hinten irgendwo hin. Jetzt rufen wir mal hinterher zu kommen. Ach ja, okay. So, ich markiere mal die Position. Wir gehen so. Das haben wir durch den Vulkan, ne? Ja, wir sind ja schon da. So, hier könnt ihr... Da bist du. So, und jetzt macht ihr einfach die Himmelsschuppe dort. So, und dann fliegt er mit der Himmelsschuppe da durch. So, jetzt ist es so einfach, ein bisschen. Und man kann auch mit dem Schweberochen durchfliegen. Ja. Aber ich wollte... Ich wollte mal ein bisschen Luxus. Ach so. Hahaha. Hahaha. Man kann auch mit dem Greif oder man kann ohne. Hahaha. So, hier muss man eh alles erstmal platt machen. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Braucht ihr für Aurora? Sind eigentlich jetzt alle da? Ja. Das sieht so aus. Ach so. Ach da hinten. Das ist ein bisschen Harpchen. So, was jetzt nächstes? Der große, oder? Der dicke. Ne, eins fehlt noch hier. Ja. 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 Warpchen. Ja. Warpchen. Ja. Warpchen. Ja. Die allerersten, die wir um mir hauen haben. Na ja. Ja, nu. Komm. Ja. Hühner. Und verbundbar. Ja. Endboss. So, die Hühner haben wir. Ja. Ja. Ficken ficken. Ja, das ist groß. Oh, jetzt waren sie dort. Alle Zeit. Nein. Wir werden alle sterben. Ein Pack. Ewige Wand, äh Schleife. Wer ist dort? So, jetzt kommt der große. Wir handeln da mal. So. Und hier, das erste, gibt es eine bestimmte Reihenfolge, die man auf jeden Fall... Erstmal. Das erste ist immer da. Dann warte davor, Rennisch bei der Schuhe, sonst... Genau, hier ist das erste. So, und das zweite wird etwas schwieriger, weil da sollte nur einer durch, um zu sehen, ob er stirbt. Aha. Entweder... Ich geh mal vor. Ja, okay. Und zwar werde ich das hier benutzen. Achtung. Ja. Das ist okay. Das ist okay. Gut. Dann gehen wir durch. So, und das... Das ist das dritte. Muss das letzte sein. Hier auch gucken. Das ist schön gerade durch. Und dann... Äh... Schon wieder? Nee, eigentlich müsste man hier sein. Hier hoch. Okay. Ich bin... War richtig. Also bei dem anderen noch durch. Ja, diesmal also vier Portale. Gut. Sind wir alle durchgekommen? Ja. 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 Easy. Du und hier. Und der schwerste Teil. Ist das so schwer? Äh, wenn die Bücher anfangen dich zu schopsten. Oh, okay. Okay. Stimmt. Diese blöden Bots. Okay. Man darf doch keine Reitiere benutzen. Ich dachte auch gerade. Huh, Himmelsschuppe. Sehr gut. Nix gewesen. Und nochmal. Hi. Mann! Hat der... Dummsaufie... Gespaßt. Beim letzten... Hüpferchen. Nimm mal Stabby mit rein. So. Ich bin auf der anderen Seite. Ach so, das ist nur ein Lager. Ja, ich dachte nur... ...wenn ich die Robos kaputt machen würde. Aber das stimmt nicht. Ich hoffe, ich musste hier auch runter. Ja, ja. Ich stehe jetzt gerade nicht falsch. So, Notfalls mache ich im Portal. Dann werden wir noch einen Tee eingehen. Werde hier noch. So. Alle hier? Nee. Einer fehlt noch, ne? Sascha. Ich, ich. Was ist denn da los, Sascha? Wurde runtergekickt. Willste ein Portal? Einfach mal Stabby einpacken. Seine Klugscheißer, weißt du das? Ja, trotzdem hab ich recht. Ja, guck mal. Geil, wa? Ohne Stabby. Ohne Stabby. Ohne Stabby. Wirf bei dir. Hey. Hey. Weil hier etwas schwierig wird, äh. Glückstreffer. Ja. Ja. Jetzt haben wir da Kampf, wenn ich das richtig sehe. Kleiner Bot. Ohne Stabby. Ohne Stabby. Ohne Stabby. Ohne Stabby. Finde ich hier scheiße. Wir sind ja abartige, große Fischer. Äh. Er hat sich ausgeschleudert. In der Mitte ist die Truhe. Und die... Ja. Ist allerdings woanders. Aber ich glaub, ich hab noch keinen Erfolg. Nee, die ist woanders. Sind die da oder da? In einer der beiden Außenseiten. Hier unten müsste die sein. Ja, da ist der Raum. Oder unten im Wasser. Ich weiß es nicht. Nee. Kriegen die Vorschussmaterialien was? Das muss... Es steht schon dran, was für eine Truhe das ist. Nee, das ist nix. Nee, damit hast du weg teleportiert, oder? Im Portal, ja. Ja. Da nicht durch. Auch nicht. Wo wart ihr jetzt? Ähm... Tja... Überreste von Wexers Test-Golem? Das ist jetzt auch nicht, oder? Nee. Ist nix. Ruhe. Ätherklingen. Versteck. Ja, man. Schön zurücklaufen. Ja. Denn das geht. Wahrscheinlich sind wir auch vorbei. Da kommst du wahrscheinlich gar nicht hin. Nee, wir kommen nicht mehr hoch. Ne. Kalenten steht sie. Oh, wir können ja... Himmelsschuppe? Wie geht hier? Na jetzt, ja. Warte. Warte. Wo ist sie? So, hier war ein... Himmels... Also hier war ne Truhe, ja? Genau. Hinten sind noch ein paar Gehen, ja? Die hab ich auch sogar aufgenommen. Ah, das war das irritierende Lager, da hab ich nicht aufgepasst, ja. Oh, hier. Ach, die... Ach, die... Ja, die deswegen... Die hab ich schon. Deswegen seh ich die nicht. Ja, ja. Ja, ich hab die auch nicht mehr gesehen. Hm. Ich hab sie jetzt aufgenommen und werd sie künftig nicht mehr sehen. Naja, die Truhe selbst sieht man aber nicht die... Ja, gelbe Schrift. Neu, neu, Mini. Sehr schön. Dann... Guck mal denn hier raus. Da... Teleporten... Wegmarke... Oder man taucht durch das Portal. Können wir ja mal machen. Einfach durch das Portal. Ja, flupp. An den schönen Fischen vorbei. Den lieben... Dann kommen wir hier raus. Okay. In der Lava. Ne, daneben, ne? Ich bin in der Lava. Spawn. Peter... Vielleicht hast du dich bewegt... Und dein... Nein, niemals. So. So, wenn noch Zeit ist, können wir noch nur Zul machen. Das ist auch recht einfach. Oder? Hm? Nur Zul noch das... Noch ein Sprung jetzt? Ja, ne? Das war... Ja, machen wir noch dafür. Wir machen hier aber noch einen Cut. Für nie wie lange wir brauchen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao, ciao. Tschü, tschü. Der Fantastisch hat offenet coffee. ...聽 man jetzt das NATO?